So, weiter geht's heute nochmal mit einem Tramlock-Run oder einer Tramlock-Session im Prinzip. Ich dachte mir einfach so, es ist auch ein bisschen langweilig vielleicht, wenn ich einfach nur so zwei Folgen oder eigentlich nur eineinhalb Folgen Tramlock mache. Natürlich, wir werden wieder Tramlock-Farmen. Ah, fuck, pet, Sekunde, stopp, Rückzug. Wir werden safe nochmal Tramlock-Farmen, absolut sicher. Und wir werden auch lange Zeit Tramlock-Farmen. Aber bis wir halt an den Punkt sind, vergehen halt wirklich nochmal 30 Folgen oder so wahrscheinlich. Und deswegen, ja, würde ich mal sagen, haben wir noch vielleicht eine Folge. Und genau, so eine 7 wäre geil, eine 4 ist halt okay, aber wollen wir halt nicht. 2, nee. Boah, das wird so ultra teuer, das Ganze. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt schon so ein Pad machen sollten. Also, beziehungsweise vielleicht sollten wir da auch irgendwie... Ach, ich weiß nicht. Als letztes Level kann man halt, kann halt warten und so. Aber, hm. Also, ich meine, die 9, die kann auf sich warten lassen, ist mir vollkommen egal. Ja, aber die 7, die 7, die muss halt rein, die muss halt safe rein, die muss dringend rein. Ich meine, wir löffeln das Pad da auch die ganze Zeit, das heißt... Ähm... Ja, und es bleibt nicht viel übrig, leider. Eine 1, nice. Nee, ich will doch keine 3, Mann. 7. 7, die Zahl der... Weiß ich nicht. Das Zahl des Glücks, oder was war das? Nee, nicht ganz. Keine Ahnung. 5 bringt uns auch nichts. Eine 6 wäre zumindest mal angenehm zwischendrin. Nee, 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 nee. Also, wir nehmen jetzt einfach irgendwie die next beste Sache irgendwie. 5 wäre halt in Ordnung, alles über 5. Na, eine 1 gehört nicht dazu. Alter, wir brennen so viel Geld, wir sollten jetzt glaube ich, die wir für den zweiten Job ausgeben und nicht für den Mist hier. Fuck my life. Das ist halt wirklich Geldverbrennung auf höchstem Niveau aktuell. Haben wir schon gewoutet? Nee, noch nicht gewoutet. Uh. Ist aber schnell hier. Ah, jetzt kriege ich nichts mehr, oder was? So, voten. Mein Gott, gib mir doch einfach irgendwas Annehmbares. Halt nicht eine 1, oder so. Mann. Flyf, come on. Die Bauerzeit lädt auch wieder nicht. Mein, mein, oh mein Gott, ey. Mann, Mann, Mann. Und wieder eine 1, natürlich. So, ich nehme jetzt eins mit und haue einfach ab. So. Reicht das auch wieder. Ähm. Wiles. Okay, eine 5 ist okay. So, keiner drin. Ratesia ist nicht drin, noch. Gut. Was haben wir hier? Power-Ups. Äh, Pet einmal. Zack, zack, zack. Zack, zack. Hm, 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 hm. Was fehlen kann noch alles? Alles mit Speed fehlt natürlich wieder. Vita, das E fehlt noch. Das Ding fehlt noch. Upcut fehlt noch. Ähm, das Ding haben wir noch mit rein. Um, 115, haben wir von 13. Okay. 6,2k. Ja. Wir machen Fortschritte. Ich meine, das ist schon ziemlich gut. Also jetzt mal, ähm, würde ich jetzt nicht kleinreden oder so. Äh, das ist wirklich schon ziemlich gut. Aber klar, mehr geht natürlich immer. Das war jetzt kein Achievements, das war. 175 Achievements. Nice. Alter, also heute geben wir das gerne aber echt auf den Sack, oder? An manchen Tagen ist es einfach immer so... Ja, ich weiß es nicht. 11k jetzt, oh, du wirst gar nicht mehr, 26k Grits? 27k Grits sogar? Ich hab heute gar nicht drauf geachtet. Oho. Oho. Natürlich, wir haben jetzt auch um einiges mehr, äh, STR und so weiter. Definitiv. Aber die Bautseite, oder das Wauten ist auch wieder so ein Krampf. Generell, die Webseite, die läuft so ultra langsam irgendwie. Ich muss das auch nochmal dringend mit Breeze schreiben. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, aber ich denke mal, halt, wird bei allen so sein. Weil, warum soll es nur bei mir so sein? Ähm, 30.000 Damage waren das gerade. Holy moly. Drei. Vor allem, überlegt mal, wir haben aktuell unser STA-Set an. Und, wir sind auf größtenteils STA gestattet. Wir haben 410 STA. Und überlegt mal unser STA-Schmuckset. Lol. Ja gut, also. Sieht also nicht so kacke aus für uns momentan. Ich mein, wir haben auch, wir haben 233kp, wir haben 49% Gridrate. Hab ich ja schon erwähnt, dass ich letztens ein bisschen erweckt hab hier. Ähm, 5% Gridrate sind hier drauf. Oder so, 5%, dann 3, 8, 8% Grid-Schaden, 4 STA und 75 Attack. Ähm, das macht natürlich auch nochmal einiges aus. Ich mein, wir haben jetzt 69% Grid-Schaden. Mehr will ich eigentlich auch nie haben. Das ist eigentlich perfekt, gewissermaßen. Ja. Aber ich mein, man spürt jetzt schon halt echt einen ziemlich enormen Unterschied zu vorher. Ach, aber ich muss nochmal neue weg, glaube ich. Ich weiß nicht, was das war. Gowns, vielleicht. Ne, kein Plan. Irgendwas war das. Schild? Ne, Schild auch nicht. Ja, Devrate ist natürlich auch nochmal ziemlich ordentlich. Wir haben, wir haben noch nicht mal mehr die Möbel aktiv momentan. Wenn man 30k damage ohne Möbel. Ja, Alter, wir heilen uns halt. Jo, wir heilen uns halt einfach permanent hoch. Wir müssen ja nicht mal, ich würde sagen, wir müssen nicht mal fooden. Vielleicht doch, aber ne. Ging ohne fooden. Ja, das ist halt, das ist halt übel. Und ja, ich weiß, laufe und haben keine Buffs. Oder? XP. Naja. Ähm, hätte ich vielleicht abwarten. Wobei, eigentlich brauchen wir auch nichts mehr. Nichts mehr dringend zumindest. Wir haben sogar eine Axt getropt für unser Tank-Projekt. Für unser Knight. Und nicht mehr existiert. Äh, aber was will man halt mehr? Das ist halt... Echt okay eigentlich. Boah, die HP voll gehen, man. Leckt mich am Arsch. Also 3% Suckbar, das ist natürlich jetzt schon... Ähm... Das haut ziemlich gut rein. So, nehmen wir kurz was trinken. Sorry. Ach ja, und ich verkaufe übrigens jeden Tag immer die Teile hier. Also die Set-Teile verkaufe ich immer für 5 Millionen. Und die Rosaka-Teile verkaufe ich für 50 Millionen. Und innerhalb von weniger als 24 Stunden verkaufe ich alles. Immer. Alles. Wirklich alles. Also das ist natürlich schon ziemlich krass. Alter, der Damage, man. Ist halt einfach nur geil. Ach ja, und das Pad habe ich nochmal erweckt. Mit 10% Crit-Schaden. Habe ich das schon erwähnt? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es erwähnt. Vielleicht nicht. Also ja, das Pad, das ist es auf alle Fälle schon mal auf dem Weg zu... Ist auf dem Weg dazu zumindest, ganz gut zu sein. Oder zu werden. Je nachdem wie man es sieht. Genau. Und ja, das Schild ist natürlich jetzt einfach nur episch. Das ist halt einfach nur geil. Und auch der Weckung von 54 HP. Ich meine, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel STA bringen würde. So 15 STA oder so. Also, ja, weiß ich nicht. Aber, aber, ich weiß ja, HP, also HP-Rate skaliert halt schon ziemlich gut. Wir haben jetzt aktuell, steht das ja irgendwo? Increased. Steht nirgendwo leider, schade. Aber ich meine, also, hier bringt irgendwie increased HP-Rate. Zum Beispiel hier 8% HP. Das ist der Treue. Genau, hier haben wir so ein Ding. Ich weiß nicht, was das ist. System Activated Map Buff. Okay. Ein Treue-Level bringt ab Level 21 HP, 1% HP und 1% Attack. Dann gibt es diese Mob-Buffs, die HP bringen. Natürlich die Sets bringen HP, die Sockel bringen HP. Und auch, wenn man einfach nur upgradet auf Plus 3, bringt das schon 1% HP, 1% Speed. Und, genau. Ja, halt einfach HP. Das andere bringt nochmal HP-Prozent. Also, insgesamt ziemlich viel. Und das fällt mir noch ein super, das ist gerade draußen. Nice. So, okay. Schnellesweck auch in. Und weiter geht's. Ja, also, wie ihr schon wisst, ich farm jetzt einfach für das Pad dann. Für dieses unfassbar overpowerte Olocap-Pad dann. Also, das ist für mich gleichzeitig overpowered. Und, ich weiß nicht, 50 Mal müssen wir das Ding hier killen. Wir haben das, glaube ich, 4 Tage, haben wir, glaube ich, 5 Tage gefahren. 4, 5 Tage. Lieber 5 Runs. Also, schafft man sowieso nicht. Aber, ähm, halt dann beim nächsten Mal. Also, beim Master-Sender können wir weiter farmen. Uhuhuhu. Na gut. So, jetzt kommt noch ein kleiner Teil. Allerdings keine Dramnok-Farmerei. Keine Dramnok-Farmerei. Sondern, ich habe eine Mail bekommen. Im Prinzip, genauer gesagt, ein Vault-Reward. Ich glaube, es kam aus Level 20 oder 21. Da war ein Set drin. Nennen wir dann CS-Set. Und es hat einfach Effekte. Und es hat wirklich richtig krasse Effekte. Und es ist permanent. 5% Attack, 5% HP, 10% Speed, 7 All-Stats und 3% Range-Block. Also, wenn das mir nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Das würde uns halt einfach enorm nach vorn bringen. Und ich habe leider erst letztens eine Set erweckt. Das andere ist ein bisschen nervig, ja. Aber, ich meine, das hat nämlich trotzdem sehr gern. Und das erwecken wir einfach nochmal ganz kurz. Das mache ich jetzt noch On-Screen. 3% Crit-Schaden ist gut. Ähm, genau. Also, ich möchte jetzt schon ein bisschen Geld reinstecken hier ins Erwecken. Denn dieses Set werden wir auf alle Fälle dann lange, lange Zeit behalten. Und wenn wir jetzt schon mal 8% Crit-Schaden erwecken, was schon wirklich ordentlich ist. Wir können natürlich schauen... Ja, nee, einmal wecken kostet eine Million. Das heißt, wir werden... Ja, vielleicht kriegen wir nochmal 3% Crit-Schaden oder so drauf. 3 oder 5. Mal schauen. Das ist schon geil. Okay, nochmal 3% Crit-Schaden. Das ist ziemlich geil. Wir haben jetzt 3, 8. 11, äh, 14. Okay, 14% Crit-Schaden im Gegenzug zu 8% und 2% Crit-Rate. Ähm, ich mache mir alles an, weil ich gleich, wie gesagt, Tramlock-Farm. So, 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 so. Ähm, so. Das Ding behalten wir noch auf, genau. Dann noch die Feater. 5,... Hier fehlt noch einiges an der Tag irgendwie. 5,8k Tag oder mal irgendwas fehlt hier. Ähm. Irgendwas fehlt hier tatsächlich. Ich weiß aber gerade nicht genau, in was es liegt. Irgendwas, irgendwas fehlt. Ich hatte letztens über 6k Tag. Ich hatte natürlich noch ein Ding hier an und so, klar. Aber das hat auch nicht so viel ausgemacht. Ich kann es euch gerade nicht 100%ig sagen. Ähm, egal. Wir ziehen uns da trotzdem an. Wir haben das... Hier haben wir das Ding. Also 5,8k Tag und 69% Crit-Schaden. Das hat schaut okay aus. Gefühlt. Naja. Ähm, 6k Tag, 200, gut. 200 Tag mehr. Und, oh, 8%, äh, 6% mehr Crit-Schaden. Genau. HP ging auch noch mal rauf um 2k oder so. Knapp 2k. Ähm, All-Stat-Speed ist natürlich auch geil. Ja, also ich glaube insgesamt... Ja. Crit-Rate haben wir 2% nur verloren. Okay. Also ich glaube, das ist schon relativ, relativ nett. Also Laufgeschwindigkeit ist übrigens auch schon mal sehr nice. Ähm, sehr, sehr angenehm das Ganze. Oh, wow. Was kann ich 1-Hat? Ich bin gerade selbst ein bisschen, äh, perplex. Ähm, natürlich, wir könnten noch ein bisschen mehr aktivieren und so weiter. Wäre alles möglich. Ähm, ich weiß aber gerade nicht. Ich glaube, nur für 3-Minute werden wir das nicht machen. Okay, wir krypten. Wow, 32k. 32k ist ein Rekord. Oh, die 33k. Ja. Weniger Attack als letztens und wir machen mehr Damage. Hm. Das ist schon ziemlich gut, ja? Genau, also ich denke auch wirklich mal, dass wir jetzt, ähm, an dem Punkt sind, äh, wo es wirklich mit jeder Folge bergauf geht. Und, ja, also wir können jetzt eigentlich alles Mögliche schon farmen. Ich glaube auch, die kommenden Dungeons werden wirklich ganz easy farmen können. Und, ähm. Ja. Ich mache mir jetzt keine großen Gedanken, dass es da irgendwie Probleme geben wird. Ich meine, ich habe jetzt wirklich schon sehr viel gefarmt. Ich habe auch sehr viel Geld damit verdient. Und. Ja, ich bin zuversichtlich eigentlich. Sehr zuversichtlich sogar. Hm. Kann man noch schnell ein bisschen nachschauen hier? Genau. Wieder viel zum Scrappen und so weiter. Genau. Naja, ähm. Machen wir einen Run noch? Ich glaube, einen Run kann man schon machen, oder? Genau. Uh, sehr viel zum Scrappen. Sehr geil. Und man muss auch immer dazu sagen, ich meine, ich habe hier aktuell, ich habe das, ich habe das AOE-Set hier drin. Ich habe kein, kein Ding drin. Das ist wirklich das AOE-Set. Und, by the way, wir könnten auch sagen, wir gehen auf den HP-Nackel, dann haben wir nochmal 36,6k HP. Macht natürlich jetzt gerade keinen Sinn und so, aber ich sage nur, man könnte. Man könnte, wenn man wollen würde. By the way, warte mal, wie viel hier? Ich habe einiges weniger Crit-Scheiden dann leider. Na gut. Alter, der Damage. Also 30k haben wir schon sehr verlässlich, ehrlich gesagt. Der Damage ist mittlerweile, holy moly. Damage ist nice. Genau. Der nächste Stop, den wir da machen werden, ist übrigens, äh, was ist der nächste Stop überhaupt? 90er Set, glaube ich, weil es 105er ist, ein bisschen schwerer zu farmen. Genau, mit einem 60er Set werden wir es 105er-Sets wahrscheinlich nicht farmen können. Genau, gibt es auch noch die Ringe und so weiter. Das heißt, ja, warte mal, Rhodey. Genau, genau, genau. Ja, da werden wir relativ viel Zeit verbringen und das Ganze würde ich dann nicht mit einem 60er Set farmen. Das heißt, wir werden auf alle Fälle hier noch ein Set farmen. Und, was haben wir hier, Bill-Poster. 30, STR, Decks. Warum regnet es Decks? Neu. Mystical Almighty. Okay, aber ich muss sagen, ich habe gerade den Effekt gesehen, auch mit Additional Damage und so weiter, das ist schon wirklich recht ordentlich. So, genau, hier haben wir noch das V-CRA-Set, genau. 35 STR, 13% Miliblock. Das ist aktuell 35 STR, wir haben nur 20 STR und 8% Miliblock. Das bringt 10% HP und 500 HP. Das andere Set bringt 1000 HP und 15% HP. Genau, also das Set ist dann schon im Endeffekt immer so, ja, ein gutes Stück besser auf alle Fälle. Muss ich heute noch heilen? Ich heile mal trotzdem, Vorsicht selber. Ja, ist recht entspannt. 20 Mal habe ich das Ding schon gekillt. Oh, okay. Also 50 Mal brauchen wir insgesamt. Das heißt, heute machen wir 24 voll. Und danach werde ich dann wahrscheinlich weiterleveln. Genau. Naja. Und dann wassquit derهم jetzt davon. Und dann hat das Ding. Und dann kommt das über das Ding. Und dann Claus. Vielen Dank.